Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Ich zeige euch jetzt das Herren Singlet aus unserer eigenen RP Seamless Unterwäschenkollektion. Die speziell für Männer entwickelte Funktionslaufunterwäsche bietet viele Vorteile bei zahlreichen sportlichen Aktivitäten. Das weiche, leichte und hautsympathische Material ist sehr angenehm zu tragen und lenkt beim Laufen nicht ab. Das Material besitzt sehr schnell trocknende Eigenschaften und ist damit nach dem Waschen schnell wieder für den nächsten Lauf einsatzbereit. Die sogenannte Active Silver Ausrüstung auf Basis von aktiven Silbersalzen vermindert die Entstehung von unangenehmen Gerüchen und Bakterien. Die Hautverträglichkeit wird durch die Verwendung von dieser Active Silver Ausrüstung nicht beeinflusst. Durch die nahtlose Verarbeitung entsteht keinerlei Reibung auf der Haut und ein angenehmer Tragekomfort. Diese Laufunterwäsche erhält ihre ergonomische Passform durch die Verwendung einer 3D-Stricktechnologie. Mein Tipp ist, kombiniert euer bereits bestehendes Laufequipment mit funktioneller Laufunterwäsche. Und das könnt ihr hervorragend tun mit der RP Seamless Unterwäschenkollektion. Und sowohl die kurze als auch die lange Version könnt ihr in allen Runners Point Filialen bekommen oder natürlich hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com.